Quick-Tip, richtig skillen. Um eure Talente zu verteilen, drückt ihr die Taste O und kommt hier in die Übersicht, wo man die verschiedenen Skill-Punkte verteilen kann. Wenn wir uns jetzt hier mal aufs Posenangeln konzentrieren, haben wir hier die ganze Übersicht der verschiedenen Methoden, der Angelmethoden, der verschiedenen Montagen bzw. Routen. Im Game startet man mit dem Stippen und wenn ihr da richtig Spaß drauf habt am Stippen, macht es natürlich auch Sinn hier 5 Punkte rein zu investieren. 5 Punkte im Stippen bedeutet, dass man durch das Investieren der Punkte eine immer bessere Wurfgenauigkeit bekommt, Wurfreichweite, wobei das bei der Stippe natürlich auch ein wenig begrenzt ist, aber eben auch eine deutlich bessere Fischkontrolle, was enorm wichtig ist, gerade beim Stippen. Denn durch die bessere Fischkontrolle habt ihr die Chance, einen kampfstarken Fisch deutlich leichter zu kontrollieren und dadurch natürlich schneller herauszuziehen. Die investierten Punkte in die Stipprute teilen sich die Punkte, also diese 5 Punkte sind gleichzeitig auch die 5 Punkte in der Handhabung der Bolognese-Rute. Die Rute ist quasi eine ähnlich lange Rute wie die Stippe, allerdings hier mit der schönen Möglichkeit eine Rolle zu verwenden. Das heißt, wenn ihr sagt Stippen, doch viel zu schwierig für mich, ich würde aber trotzdem gerne Posenangeln machen, freut euch da drauf, sobald ihr die Bolognese-Rute frei habt, die Bolognese-Rute, macht das Posenangeln nochmal mehr Spaß, weil ihr durch die Handhabung quasi mit der Rolle viel mehr Möglichkeiten habt, einen Fisch entspannter rauszudrillen. Nichtsdestotrotz gibt es mittlerweile auch viele Verfechter des Stippens. Stippen haben viele Vorteile, man kann Fische sehr schnell rausziehen, man kann eine sehr hohe Frequenz quasi erreichen, um ein Fisch zu landen und wenn man sich da so ein bisschen drauf konzentriert, wird man damit auch ziemlich schwere Brocken rausziehen können. Ihr seht auch, ich habe hier ein paar Punkte verteilt. Mein Account ist ja ein Allround-Account, das heißt, ich habe in allen verschiedenen Talentbäumen Skillpunkte drin. Diese fünf Punkte hier von der Stationärrolle, die teilen sich ja mit den anderen Talenten oder mit den anderen Angelmethoden auch die gleichen fünf Punkte. Das heißt, fünf Punkte Stationärrolle im Posenangeln sind auch fünf Punkte im Spinning und im Grundangeln. Das heißt, wir verteilen hier nur einmal diese fünf Punkte für die Handhabung der Stationärrolle und können sie in allen anderen Skillbäumen auch verwenden. Als nächstes, beziehungsweise, ja, dann letzten Endes bin ich hier nur noch auf das höchste, quasi die höchste Methode des Posenangels gegangen. Das heißt, auf die Handhabung der Matchrouten. Matchrouten sind mit die schwersten Routen oder sind die schwersten Routen im Posenangeln mit der passenden Montage dazu, dass man dann mit der Montage auch eine höhere Möglichkeit hat oder eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, dickere Fische zu fangen bis hin die höhere Wahrscheinlichkeit hat, auch Trophäen zu fangen. Und wenn man hier investierte Punkte drin hat, hat man auch hier wieder bei der Matchroute eine höhere Wurfweite, Genauigkeit und Fischkontrolle und hier, wie gesagt, die erhöhte Chance, Trophäen zu fangen. Eine etwas wilde Art und Weise, mit der Match- beziehungsweise doch mit den Posenrouten zu hantieren, ist auch hier Kunstköder dran zu binden. Auch das kann man machen. Ich weiß nicht, ob man da wirklich Skillpunkte rein investieren sollte, aber damit kann man durchaus auch ganz interessant angeln. Gerade mit den Matchrouten, die eine sehr hohe Tragfähigkeit haben, kann man hier mit Kunstködern wirklich ganz gute Ergebnisse erzielen. Ansonsten sind die wichtigsten Punkte einmal noch die Laufposenmontage und man könnte vielleicht auch noch in die Karpfen-Haar-Montage beziehungsweise Pop-Up-Montage Punkte investieren. Das sind vielleicht nochmal drei Punkte, die man investieren kann, wenn man ausschließlich halt aufs Posenangeln geht. Dadurch, wenn man halt, wie gesagt, andere Kategorien komplett ausschließt, sagen wir mal, man macht nur Posenangeln und kein Grundangeln oder man macht Posen und Spin, dass man immer noch ein paar Möglichkeiten hat, ein bisschen was anderes zu machen zwischendurch. Aber dann hat man auf jeden Fall ausreichend Punkte, um hier nochmal die Punkte zu verteilen. Und dann kann man sich natürlich auch noch solche anderen Montagearten leisten. Grundsätzlich lohnt es sich natürlich auch fürs Posenangeln, die Köderbeschaffung noch hoch zu pushen. Das heißt, hier kann man nochmal Punkte investieren ins Schaufeln beziehungsweise mit der Schöpfkelle, dass man da bessere Ergebnisse bekommt. Und es lohnt sich natürlich auch fürs Posenangeln, wenn man hier Punkte investiert in Angelfutterzubereitung, dass man bessere und hochwertigere Futtermischen herstellen kann. Eine der wichtigsten Fähigkeiten, die man mit der Zeit freispielt, auf dem Posen oder beim Posenangeln ist die Köderkombination. Und damit hat man dann die Möglichkeit, zwei Köder zu kombinieren. Ganz klassisch zum Beispiel fürs Angeln an der alten Festung, Kartoffel und Kohlblatt. Das heißt, man kann zwei normale Naturköder miteinander kombinieren oder Made und Kasta oder einen Teig, sagen wir mal einen Erbsenteig oder einen Maisbrei mit einem Maiskorn. Solche Kombinationen kann man einfach machen und dadurch nochmal seine Chance auf Fische erhöhen. Ja, das waren die wichtigsten Punkte zum Posenangeln. Wenn dir das Ganze geholfen hat, dann doch einen Daumen da lassen, den Kanal abonnieren und dann sehen wir uns das nächste Mal im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.